Ja, liebe Zuschauer, was finden Sie oder was empfinden Sie bei der Hausarbeit am schlimmsten? Also für meinen Teil ist das Fensterputzen, finde ich ganz, ganz schlimm. Ich hasse zum Beispiel auch das Badezimmer sauber zu machen, mit der Zahnbürste in den Fugen, da alles sauber zu machen. Aber wissen Sie, was ich noch hasse? Das ist die Bodenreinigung, denn das muss man einfach jeden Tag machen. Und wenn ich an die Bodenreinigung denke, so wie Sie wahrscheinlich auch, an das Staubsaugen zum Beispiel, dann sieht man ihn, den Teufel, den riesengroßen Staubsauger, der so sechs bis acht Kilogramm wiegt, den man durch die Wohnung zieht, den man die Treppen hochschleppt, wo man immer und immer wieder ein Stromkabel suchen muss, beziehungsweise den Strom suchen muss, um dann alles ein- und umzustecken, um einfach jede Ecke ausreinigen zu können. Und das ist nervig und das ist lästig und das ist richtig kräftezerrend. Und deshalb hasse ich die Bodenreinigung. Und jetzt verrate ich Ihnen noch das Tollste. Ich habe auch noch einen Hund. Das heißt, man hat nicht nur die Krümelchen vom Frühstück, die da auf dem Boden rumliegen, oder vom Kochen, dass was runterfällt, der ganz normale Dreck und Staub und Schmutz, der durch die Schuhe in die Wohnung getragen wird. Nein, man hat auch noch zahlreiche Hundehaare und meine Haare, die da auf dem Boden liegen. Das heißt, Tag für Tag muss ich diese schwere Dinge eigentlich rausziehen, saugen, wahnsinnig viel Kraft aufwenden und dann vielleicht auch noch die Treppen hoch und runter tragen. Wir machen ein Ende damit, liebe Zuschauer. Wir möchten, dass Sie Ihren Boden zum einen entweder super einfach selbst reinigen oder komplett reinigen lassen. Und das mit zwei wunderbaren Staubsaugermodellen. Der eine komplett frei. Wir beginnen aber jetzt mit einem, der Ihnen die Arbeit schon ordentlich abnimmt. Denn wir sehen einen Staubsauger, der mit Akkubetrieb arbeitet. Und das ist das Geheimnis hier. Sie sehen jetzt gerade in diesem Video ganz, ganz toll, beziehungsweise in einem Clip, dass Sie komplett unabhängig von jeglichen Stromkabeln sind. Und egal, ob das fünf, sechs, sieben oder acht Meter lang ist, trotzdem muss man immer und immer wieder das Stromkabel umstecken. Nicht mehr, denn Sie arbeiten mit einer Akkutechnologie, die sehr, sehr effektiv ist, liebe Zuschauer. Und der wiegt auch kaum was. Das finde ich so toll bei dem Modell. Der ist sehr, sehr handlich. Der ist sehr bequem. Der ist sehr leicht. Nicht einmal zwei Kilogramm Gewicht hat dieser Staubsauger. Und man möchte jetzt meinen, ja, dann ist das doch bestimmt ein Handstaubsauger, den man so benutzen kann. Das kennt man ja so. Nein. Das Tolle bei dem Modell ist, dass Sie den zum einen zur Bodenreinigung, aber auch zur Reinigung mit der Hand benutzen können. Und das macht dieses Modell einfach so besonders. Weil Sie komplett unabhängig von den Steckdosen sind und weil Sie den für beides nutzen können. Der ganze Staubsauger funktioniert mit einer Zyklontechnik. Das ist auch was ganz Besonderes. Denn auch Beutel müssen hier nicht mehr nachgekauft werden oder Filter. Wir arbeiten mit der Zentrifugalkraft, mit der Zyklontechnologie. Saugen ohne Beutel und somit auch ohne Zusatzkosten und ohne Stress ohne Beutelkauf. Ganz wichtig auch, durch diese Zyklontechnologie haben Sie keinen Saugkraftverlust. Das heißt, Sie saugen immer und immer wieder weiter und leeren einfach diesen kleinen Staubbehälter, den wir hier haben, der übrigens 0,8 Liter Volumen hat, über dem Mülleimer aus. Und dann können Sie den immer und immer wieder verwenden ohne Saugkraftverlust. Durch die Zentrifugalkraft wird der Schmutz an die Wandung des Behälters gedrückt. Das sehen wir jetzt gleich, wenn ich den einmal einschalte. Dann kommt noch so eine Rotation mit dazu und dann verfängt sich der Schmutz hier komplett im Behälter. Wie gesagt, sehr, sehr leicht im hinteren Teil. Für Sie einmal der Akku, der verbaut ist. Der ist schnell laden, circa drei Stunden braucht er, um komplett wieder aufgeladen zu sein. Und dann können Sie den Staubsauger nutzen, wie Sie es gerne hätten. Sie bekommen zwei Verlängerungsrohre aus Kunststoff mit dazu. Die sind im Lieferumfang für 66,41 Euro direkt dabei. Dann können Sie verlängern, so wie Sie das gerne hätten. Sei es mit beiden Verlängerungsrohren oder auch nur für eins. Und dann kommt entweder die Bodendüse darauf oder wir haben auch Fugendüsen bzw. Polsterdüsen, die direkt mitgeschickt werden. Zwei Aufsätze, einmal zur Ausreinigung der Polster und einmal für die Fugen. Und da sehen Sie das jetzt ganz, ganz toll. Diese Zyklontechnologie, wie der Schmutz sich da an der Wandung des Behälters findet. Und ich baue das jetzt mal für Sie zusammen. Sie sehen, das ist jetzt super simpel. Achtung, ich stecke jetzt mal die Bodendüse auf. Da natürlich auch für unterschiedliche Belege, für Teppiche zum Reinigen und auch für Hartböden. Das wählen Sie dann einfach über den Klick, so wie Sie das gewohnt sind, von Ihrem Staubsauger einmal aus. Und dann geht es auch schon los. Und jetzt stehe ich einmal auf für Sie, damit wir gemeinsam saugen können. Denn ich möchte Ihnen zeigen, wie einfach und wie simpel das jetzt ist. Wo wir normalerweise jetzt das Stromkabel verlegen, eine Steckdose suchen, irgendwo in der Küche, im Wohnzimmer, alles um- und ausstecken, um einfach jede Ecke zu reinigen, haben Sie hier die komplette Bewegungsfreiheit. Das heißt, Sie können auch saugen, wo und wann Sie möchten. Zum Beispiel, jetzt mal einfach nur, also jetzt einfach mal so durchgegangen. Man hat oben an den Ecken diese fiesen Spinnenweben. Die Spinnen ist kalt, die kommen jetzt in die Wohnung, die möchte man loswerden. Wie machen Sie das? Auf der Leiterkletter, mitten im Besen vielleicht, dann versaut man sich noch die Wände. Machen Sie jetzt hier anders. Sie heben den einfach hoch und saugen dann dementsprechend oben in den Ecken. Alles super simpel und einfach aus. Und Sie sehen, ich bin jetzt nicht die Stärkste. Ich bin auf hohen Schuhen und ich schaffe es, diesen nicht einmal zwei Kilogramm schweren Staubsauger wunderbar hochzuheben. Und genauso wird es Ihnen auch gehen. Das heißt, Sie brauchen keine Hilfe mehr beim Treppensteigen. Sie brauchen keine Hilfe mehr, den immer und immer wieder umzustecken. Sie werden auch keine Rückenschmerzen mehr haben, weil Sie den nicht mehr rumziehen und rumschleppen müssen. Sie schalten den einfach ein und saugen dann super simpel mit richtig viel Leistung. Die Böden aus, oben in den Ecken, gerne auch die Polstergarnitur, dann mal die Matratzen zum Beispiel. Und, wenn Sie möchten, natürlich auch das Auto, denn das geht ja auch. Auch da kein Verlängerungskabel mehr nötig. Und der Staubsauger, der immer wieder gegen die Autotür haut. Sie kennen das wahrscheinlich auch, das Problem, wenn man das zu Hause mal selbst macht. Das können Sie jetzt ganz bequem hier komplett kabellos machen. Was die Presse dazu sagt, möchte ich Ihnen zeigen, denn nicht nur ich bin voll des Lobes. Fazit. Er lässt sich flexibel als Hand- und Bodensauge einsetzen. Und dank seines integrierten Akkus hat der Nutzer nie wieder mit Kabelsalat oder einem zu kurzen Kabel zu kämpfen. Haus- und Gartentest. NX-5690 und die 569. 66,41 Euro. Seien Sie hier bitte schnell. Greifen Sie zu. Sie sehen, der ist auch schön kompakt. Den kann man einfach mal hinter die Tür klemmen. Und selbst wenn Sie den großen Staubsauger jetzt zu Hause haben. Der funktioniert eigentlich noch. Greifen Sie da bitte zu. Sie werden sehen, wie simpel das ist, wie toll das ist zum Ausreinigen des Autos, für die Fugen, für den Schmutz, der ganz einfach im Alltag anfällt. Wie einfach, wie schnell, wie simpel man den los wird. Ohne lästiges Kabel, ohne viel Schlepperei. Die Treppen mal absaugen. Auch das richtig schwierig. Normalerweise, weil man einfach immer und immer wieder neue Steckdosen suchen muss. Weil man dann auch diesen schweren Körper des Staubsaugers hochtragen muss. Das fällt hier komplett alles weg. Das geht leicht, das geht simpel. Der ist super, super von der Saugkraft her. Und liebe Zuschauer, das ist einfach ein Geschenk, wenn es um die Bodenreinigung geht. Das Modell, wie ich finde, schon sehr, sehr schön. Erleichtert Ihnen die Arbeit deutlich. Aber jetzt kommen wir zu dem Produkt, das ich zu Hause habe. Das ist mein Staubsauger. Denn ich habe Ihnen ja eingangs erzählt, dass ich haare, dass mein Hund hart, dass ich auch gerne mal Brötchenkrümel in der Wohnung rumliegen habe. Und dass ich eigentlich nicht nur einmal am Tag, sondern zwei oder dreimal am Tag saugen müsste. Und wenn es Ihnen auch so geht und Sie sagen, ich habe einfach die Nase voll, dann darf ich Ihnen hier das Geschenk Gottes vorstellen. Denn den habe ich zu Hause und der übernimmt jetzt einfach komplett meine Arbeit. Das ist ein Staubsaugroboter in der Premium-Variante, liebe Zuschauer. Und Sie sehen das hier ganz toll. Den setzen Sie einmal auf den Boden, den schalten Sie ein und der saugt Ihnen alles, was da auf dem Boden so rumliegt, super simpel auf. Kommt aber noch zu mehr Punkten, weshalb ich mich für dieses Modell entschieden habe und weshalb auch Sie zugreifen sollten jetzt. Denn der hat ganz, ganz viele tolle zusätzliche Funktionen. Ich denke, das Prinzip des Staubsaugroboters braucht man nicht groß erklären. Es ist unwahrscheinlich erleichternd. Man hat gar keine Probleme mehr mit dem Saugen. Man muss sich darum nicht mehr kümmern. Der macht das alles für einen. Und ja, man kann entspannen, während der da seine Bahn fährt und für Sie Staub saugt. Was das Modell aber ganz besonders macht, ist, wie ich finde, die automatische Ladefunktion. Denn das haben die wenigsten Staubsaugroboter. Ich bin Schussel, ich bin Chaot und ich vergesse vor allem immer alles. Hier bei Perl TV weiß jeder schon Bescheid, wenn ich nach Feierabend noch ein zweites oder drittes Mal hier ins Studio renne, dann habe ich wie immer mal irgendwas vergessen. Und ich denke, dass ich irgendwann auch meinen Kopf zu Hause liegen lassen werde. Deshalb würde ich niemals daran denken, meinen Staubsaugroboter auf die Ladestation zu stellen und aufzuladen. Das heißt, stellen Sie sich das vor, ich möchte, dass der saugt und merke dann auch, mein Gott, jetzt hast du das aber wieder vergessen, den gestern auf die Ladestation zu stellen. Dann hat der keinen Akku. Dann bringt ein Staubsaugroboter einfach nichts, wenn er keinen Akku hat, wenn er nicht saugen kann, wenn er nicht geladen ist. Bei dem ist das schön, dass der automatisch an die Ladestation fährt. Das heißt, der lädt sich automatisch auf, wenn er merkt, okay, der Akku geht gerade leer. Das heißt, dieses Problem werden Sie gar nicht haben. Und deshalb habe ich mich für den entschieden, weil ich das einfach super komfortabel finde, da nicht mehr dran denken zu müssen. Dann haben wir auch hier wieder einen Staubbehälter für Sie. Keine Beutel, die Sie immer und immer wieder nachkaufen müssen. Im oberen Teil finden Sie die Klappe, die einfach einmal mit dem Finger öffnen, den Staubbehälter über dem Mülleimer leeren und dann weiterfahren lassen. Im unteren Teil befinden sich elf Sensoren und diese Sensoren erkennen zum einen Hindernisse, Stufen, Möbelstücke, Teppiche, alles drum und dran, Vasen zum Beispiel, was auf dem Boden liegt. Und diese elf Sensoren erkennen den umliegenden Schmutz. Der ist jetzt rund von der Form und da möchte man meinen, okay, dann putzt der ja auch rund. Nein, wir haben an den Seiten so wie kleine Seitenfühler, wie so Borsten, die rotieren und die länger sind als der Staubsaugroboter. Das zeige ich Ihnen jetzt auch gleich, wenn wir wieder im Studio sind. Damit fährt er in jede Ecke und reinigt alles super einfach aus. Und Sie sehen das auch hier, so kleine Leisten, gar kein Problem, Türleisten fährt er drüber und auch über kurzflorige Teppiche fährt er seine Wege und reinigt alles aus. Wir haben die Seitenborsten, die erstmal den umliegenden Schmutz lösen und dann zur Staubsaugerlippe bringen. Wir haben aber auch noch eine UV-Lampe und das ist auch sehr, sehr wichtig. Denn auf dem Boden befinden sich wahnsinnig viele Bakterien. Durch die Hunde, durch die Schuhe, durch die Füße, durch all das, was so auf dem Boden liegt. Und da sollte man einfach auch für die zusätzliche Reinigung, für die Desinfektion quasi sorgen oder darauf achten. Dafür ist eine UV-Lampe hier integriert. Die vermindert die Bakterien, die wir auf dem Boden haben. Und das ist natürlich auch fantastisch, gerade wenn man Kinder hat, wenn man gerne barfuß durch die Wohnung läuft, dass man da einfach schaut, dass der Boden nicht nur gesaugt und sauber ist, sondern auch, dass die Bakterienanzahl vermindert wird. Wir haben diverse Reinigungsmodi, die Sie auswählen können für verschiedene Raumgrößen. Sie bekommen eine Fernbedienung mit dazu und komfortabel ist auch, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie wollen, hier bereits Uhrzeiten programmieren können. Quasi einen Putzplan. Und dann fährt er genau dann los, wenn Sie das wünschen. Das heißt, Sie fahren jetzt einkaufen oder Sie wissen, Sie gehen morgen um 9 Uhr zur Arbeit. Dann programmieren Sie über die Fernbedienung Ihren Reinigungsroboter so, dass wenn Sie außer Haus sind, eine halbe Stunde danach, er automatisch reinigt. 90 Minuten Laufzeit hat der Akku. Ich denke, das reicht für die ganze Wohnung aus. Und dann fährt er wieder zurück an die Ladestation, lädt sich auf und wartet darauf, bis Sie entweder die nächste Uhrzeit programmieren oder einfach auf die Start-Taste drücken. Und so geht es dann immer und immer weiter. Sie werden sich freuen, das ist fantastisch, weil man einfach keine Arbeit mehr hat. Hier sehen wir das gerade, wie er die Ladestation sucht. Und zack, er steigt da drauf und schon geht es los. 189,91 Euro. Auch ein toller Preis, wie ich finde, wenn man überlegt, was die normalerweise im Elektrofachmarkt kosten. Und hier sehen Sie den einmal von unten. Das sind diese Seitenborsten, die rotieren, die auch in jede Ecke gehen. Sie sehen, ganz toll. Das geht einmal über den Staubsaugroboter hinaus. Hier diese Lippe, wo der Schmutz eingesaugt wird. Und dann hier in dem Teil nochmal die UV-Lampe. Super toll gemacht, die Lasersensoren. Im vorderen Teil eine Lippe, die stoßdämpft. Das heißt also, Möbelstücke werden auch geschont. Anders, als man das vom normalen Saugvorgang kennt, wo man gerne mal gegen die Türen und gegen die Kanten haut. Hier im oberen Teil der Staubbehälter, den Sie super einfach rausnehmen. Und den Filter, da haben wir noch so zusätzlichen HEPA-Filter, ganz toll über den Mülleimer reinigen können. Und dann stellen Sie den ab. Dann haben Sie an der Seite einmal die Ein- und Aus-Funktion. Achtung, ich suche ihn einmal so hier. Und dann können Sie loslegen und starten. Und das ist super einfach und super schnell gemacht. Ich würde sagen, wir stellen den mal auf den Boden ab, liebe Zuschauer. Und dann möchte ich Ihnen ein weiteres Vorteil zeigen. Der ist nämlich richtig schön kompakt. Der ist richtig schön leicht. Und der ist vor allem ganz, ganz flach. Und das macht dieses Modell, wie ich finde, auch so besonders. Denn normalerweise kommt man unter so Regale wie das hier gar nicht runter. Unter die Couch oder die Stühle. Die muss man erst mal zur Seite schieben, auf den Tisch stellen, damit man darunter saugen kann. Der ist schön kompakt. Der ist schön flach von der Bauweise, sodass der da ohne Probleme drunter kommt und super einfach reinigen kann. Gerade für die Damen, die kennen das. Allein ist es ziemlich schwierig, die Couch zu verstellen oder die Regale zu verschieben. Und wenn man dann mal umzieht oder mal umdekoriert, dann schaut man unter das Sofa und denkt, meine Güte, Hempels unterm Sofa, was ist denn los hier? Das macht man einfach viel zu selten, weil es viel zu viel Aufwand erfordert. Der fährt da drunter. Darum kümmern Sie sich bitte nicht mehr. Der fährt nämlich unter diese Schlitze durch, unter das Sofa, unter den Tisch, an den Stühlen vorbei, unter die Regale, die Sie haben, unter die Schränke. Und das ist einfach ein ganz, ganz toller, großer Vorteil, den Sie bei diesem Staubsaugroboter haben. Auch hier wieder fantastisch selbstladend, wie gesagt, elf Sensoren, 0,5 Liter Staubbehälter, 90 Minuten Laufzeit. Der braucht auch so ungefähr drei Stunden, vier Stunden, bis der wieder voll geladen ist. Den können Sie natürlich auch für Häuser benutzen, da einmal unten laufen lassen, einmal oben. Und Sie werden diesen Luxus genießen. Der kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Und ich empfehle Ihnen jetzt gleich zu bestellen. An dieser Stelle dürfen Sie sich wirklich selbst beschenken. Das Erlebnis macht unwahrscheinlich viel Spaß, dem zuzuschauen und zu denken, ja, man hat alles richtig gemacht, weil man sich um dieses Staubsaugen nicht mehr kümmern muss. Hundehaare, Haare, Krümelchen, all das wird aufgesaugt, komplett wie von Zauberhand. Und das zu einem spitzen Preis. Deshalb bitte gleich zugreifen mit der NC5725 und der 569. Ich habe den zu Hause. Ich liebe den, ich möchte ihn nicht mehr missen. Vielleicht haben Sie sich aber auch für das erste Modell entschieden, das auch super komfortabel ist und das Saugen einfach zu einem ganz anderen Erlebnis macht. Ärgern Sie sich bitte nicht mehr über Schmutz am Boden. Lassen Sie das ausreinigen oder machen Sie es selbst, aber ohne Kraftaufwand und ohne Mühe. Den alten Staubsauger mal stehen lassen. Viel Spaß!